Wie du herausfindest, was für ein Mann dir gegenübersteht. Hi, zu dir spricht Sergej Rins. Willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video lernen wir, was du tun kannst, um Männer wie ein offenes Buch zu lesen. Also um deine Strategie an diesen einen Mann anzupassen und überhaupt herauszufinden, passt dieser Mann überhaupt zu mir oder nicht. Nun, es gibt natürlich sehr, 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 sehr viele Männer. Und es gibt natürlich auch sehr viele Schubladen, in die wir Männer einteilen können. Aber lass uns mal mit drei Kategorien arbeiten, in die sich so ziemlich alle Männer, die du triffst und schon mal getroffen hast, einteilen lassen. Nun, zunächst einmal gibt es die Denker, es gibt die Fühler und es gibt die Macher. Denker sind vom Intellekt gesteuert. Also wenn du, wahrscheinlich hast auch du schon Männer kennengelernt, du triffst dich mit ihnen und es sei es beim ersten Date oder beim zehnten oder schon in der Beziehung. Männer, die Denker sind, sie lassen ihr Intellekt immer wieder so einfließen. Sie wollen zeigen, was für gedankliche Vorgänge sie haben. Sie wollen zeigen, wie intelligent sie sind. Sie wollen zeigen, dass sie viele Gedanken haben, dass sie sich sehr tiefe Gedanken zu einem bestimmten Thema machen können. Sie sind manchmal belehrend, manchmal kritisierend. Das bedeutet, sie haben die Angewohnheit, bei anderen Menschen oder auch nicht nur in Menschen, sondern in so ziemlich allen Dingen, Dinge zu finden, die nicht so, ja, die nicht perfekt sind. Ja, und sie kommen sich sehr intelligent vor, wenn sie anderen Menschen sagen, Ah, guck mal da, ja, zum Beispiel, wenn du dir mit deinem Mann einen Film anschaust. Ja, und du bist total begeistert, das ist ein schöner Film. Aber der Mann sagt dann, ach, weißt du, da und da gab es so einen kleinen Fehler. Ja, das haben sie nicht berücksichtigt. Und überhaupt ist das so ein bisschen unlogisch, so die Schritte davor, wie sie zu dieser Entwicklung geführt haben. Das konnte der Regisseur oder der Kameramann oder whatever anders abbilden. Ja, also nachdem du mit ihnen dann im Kino warst, fangen sie an, erst mal 30 Minuten zu philosophieren, so was für Fehler sie in diesem Film entdeckt haben. Ja, und so gehen sie an ziemlich viele Dinge heran. Nicht unbedingt, weil sie tatsächlich so einen krassen Verstand haben, der das sieht, sondern sehr oft, weil sie dir gefallen wollen dadurch, dass du, also sie wollen der Mann sein, der so intelligent ist und der versucht halt, sich als Denker zu positionieren. Er versucht als Denker zu brillieren vor dir. Ja, versuch dir zu gefallen. Dadurch, dass er halt manchmal kritisierend, manchmal ein bisschen belehrend wirkt. Und der zweite Psychotyp oder der zweite Typ oder die zweite Schublade, nachdem wir Männer in diesem Video aufteilen, das sind die Fühler. Ja, die Fühler sind anders als die Denker. Mit Denkern kannst du dich sehr gut unterhalten über alle möglichen Themen, du kannst sehr gut philosophieren. Ja, die Fühler sind sehr romantisch. Ja, das sind die Männer, mit denen du 50 WhatsApp-Nachrichten an einem Tag austauschen kannst, ohne dass sie dir irgendwann sagen, du pass auf, ich muss jetzt ins Bett. Ja, sondern wenn du ihnen um halb vier nachts noch eine Antwort-Nachricht schreibst, dann schreiben sie dir eine mindestens so lange Antwort-WhatsApp-Nachricht zurück. Ja, das sind Menschen, die dir sehr viel Aufmerksamkeit geben, die dich in Aufmerksamkeit baden. Ja, du kannst mit ihnen Gespräche führen, und zwar weniger auf dieser logischen Ebene, ja, wie das die Denker machen, auf dieser analytischen Ebene, sondern auf dieser, lass uns mal in Gedanken schwengeln, schwengeln? Schwelgen. Lass uns mal darüber nachdenken, wie die Welt sich entwickeln könnte, wenn wir Faktor A dazugeben würden. Ja, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ja, ja, alle Menschen aufhören würden, sich gegenseitig umzubringen, und das Hungerproblem wäre gelöst, und in was für einer Welt wir leben würden, wenn die Sonne die ganze Zeit scheinen würde, ja, wenn die Blumen wachsen würden, und wir alle Händchen haltend, nackt und uns liebend in dieser Welt fortbewegen würden. Ja, also, das ist jetzt ein Extremfall, ja, aber ich möchte durch diese Dramaturgie betonen, in welche Richtung es geht. Ja, die, ähm, das sind oft sehr romantische Liebhaber, weil sie dich fühlen, weil sie deinen Körper fühlen, ja, sie, sie haben Spaß daran, dir Spaß zu bereiten, sie wollen nicht nur einfach nur, machen und, äh, sondern sie, ähm, ihnen liegt sehr viel daran, dich zu fühlen, ja, so, was in dir vorgeht. Sie, du kannst mit ihnen stundenlang reden, über das, was dir heute passiert ist, ja, so, wenn du ihnen die Tasche zeigst, die du gekauft hast, dann, äh, kommen sie eine Stunde aus dem Staunen nicht raus, und sagen, oh mein Gott, ja, dieser Teil, oh, das ist so göttlich, und dieses kleine Ding, ja, das ist so fantastisch, und die Schrift, oh mein Gott, ja, das ist, ja, da hat sich der Designer was wirklich einfallen lassen, ja, und, äh, also, ihnen wird nicht langweilig, bei diesen Gesprächen, äh, im Gegensatz zu Machern, ja, ja, die Macher, das ist die dritte Kaste der Männer, das sind Männer, die Machen, ja, sie sind nicht so romantisch, wie die Fühler, sie sind nicht so, ja, ja, sie labern nicht so, wie die Denker, ja, aber es sind keine Laberbacken, sie sind oft, sie kommen oft unter dem Radar, ja, sie versuchen nicht zu zeigen, äh, wie klug sie sind, ja, sie versuchen nicht zu, sie versuchen nicht zu zeigen, was für ein intellektuelles Genie er ist, ja, sondern die Macher, die operieren mit ein paar, mit ein paar Möglichkeiten, sehr oft machen sie das auch allein, also sie denken sich irgendwas aus und dann arbeiten sie daran, es zu machen, ja, und anstatt, äh, sie, naja, mhm, anstatt allen Menschen zuerst mal zu erzählen, was das für eine Idee ist, die sie haben und wie toll das ist, ja, wie Denker das so tun, und da habe ich mir was einfallen lassen, was für der totale Hit und das für die Welt revolutionieren und bla bla, ja, und das sind oft die Denker jetzt, ja, da sind oft Menschen, die ein Buch schreiben wollen, ja, seit 20 Jahren, äh, die aber ganz genau wissen, wer oder was sie daran stört, also wäre Faktor X, Faktor Y, Faktor Z nicht, dann hätten sie schon längst das geschafft, was sie schaffen könnten, wenn nicht Faktor X, Y, Z wäre, ja, Macher sind ein bisschen anders drauf, Macher, die machen, Macher sind nicht so gesprächig, wie die Denker, wie die Fühle, sie sind nicht so romantisch, wie die Fühler, aber, bei den Machern steht die Handlung im Vordergrund, ja, sie realisieren sich durch, sie definieren sich durch Aktionen, durch Resultate, durch gewisse Ergebnisse, die sie haben, Macher haben eine Angewohnheit zu helfen, das bedeutet sie, also manchmal lernen sie das im Kindesalter, manchmal sind es veränderte Denker, veränderte Fühler, die irgendwann im Leben gemerkt haben, an einem Punkt, fuck, wenn ich so weitermache wie bisher, dann komme ich nicht weiter, deswegen muss ich irgendwas ändern, ja, damit ich auch wirklich Resultate erreiche, und nicht nur Menschen erzähle, wie schade es ist, dass ich meine Resultate nicht erreicht habe, aber das, was ich wollte, schau mal übrigens, ja, und dann erzählen sie dir, was sie hätten alles erreichen wollen, ja, das hört sich alles fantastisch an, aber, je unfähiger der Mann ist zu machen, ja, je unfähiger er ist, Resultate zu erreichen, desto unglücklicher wird er sein, weil dieses, dieser Ego-Push, den Männer erleben, wenn sie anderen Menschen sagen, wie toll ihr Einfall ist, er reicht niemals, als Treibstoff für ihre Heldentaten aus, ja, es reicht nur für ein paar Tage, ja, vielleicht für ein paar Minuten, mir nicht, ja, alle anderen sagen, wow, cooler Einfall, und das ist der Moment der Stunde für den Denker, aber wenn der Denker dann nach Hause geht, dann merkt er, oh fuck, ich habe jetzt ein paar Leute beeindruckt, aber, ja, ich wollte dann was anderes haben, Macher, sie versuchen Menschen nicht zu beeindrucken, ja, sie finden oft nichts dabei, ja, Menschen zu beeindrucken, das was sie, das was sie machen sehr oft, ist, sie lösen Probleme, ja, sie haben ein analytisches, eine analytische Sichtweise auf ihr Leben, ja, sie betrachten ihr Leben und schauen, okay, hier ist ein Bereich, den ich verbessern will, wie mache ich das, ja, sie erstellen sich eine Strategie, und kommen sofort ins Handeln, ja, sie denken nicht, oh mein Gott, wie wäre es, wenn ich diese Probleme nicht hätte, oh mein Gott, wäre das geil, ja, sondern sie lösen es, ja, also sie helfen dir, wenn du Probleme hast, wenn du nicht weiter weißt im Leben, dann sind sie zur Stelle und, und helfen dir, entweder mit Rat und Tat, oder sie wissen, äh, Orte, wo du schnell Hilfe bekommst, ja, sie sind darauf getrimmt, programmiert schon fast, Probleme und Konflikte schnell zu lösen, Resultate schnell zu erreichen, sind oft unternehmerisch veranlagd, ja, das bedeutet, dass sie, ähm, sehr oft, äh, sich die Dinge ausdenken, und wenn sie zum Beispiel Tag ein Tag aus auf der Arbeit irgendwas machen, und denken, fuck, das kann man doch verbessern, also man kann diese Arbeitsabläufe verbessern, wenn sie das in ihrem Unternehmen, für das sie arbeiten können, dann steigen sie schnell auf, und, ähm, weil sie Dinge auch umsetzen, weil sie auch andere Menschen dazu bringen können, ähm, das, was sie sich ausgedacht haben, auch zu machen, also die Macher, sie machen nicht nur, sondern bringen auch andere Menschen dazu zu machen, was ganz wichtig ist, ähm, ähm, oder sie, also entweder begleiten sie halt höhere Positionen, nach einer Weile, oder sie gründen eigene Unternehmen oder irgendwelche Projekte nebenbei, und was dazu führt, dass Geld für sie weniger ein Problem ist, ja, das bedeutet, dass sie so ein permanenten, äh, so ein permanentes Wachstum ihrer Möglichkeiten erleben, ja, das bedeutet, ja, das bedeutet, dass, ja, Geld für sie eher weniger das Problem ist, wenn es darum geht, ja, wo fliegen wir in Urlaub, ja, was schenke ich ihr zum Geburtstag, in welche Wohnung ziehen wir, und so weiter, und so fort, ja, das sollte man bedenken, also, wie viel Prozent, ähm, Macher, wie viel Prozent Fühler, wie viel Prozent Denker sollte ein Mann haben, nun, da entscheidest du natürlich, ja, und dein persönlicher Geschmack, denn, ähm, wenn du möchtest, dass, äh, wer dir die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten schreibt und mit dir die ganze Zeit in Kommunikation ist und dich 20 Mal am Tag anruft und dich fragt, wie es dir geht, dann bist du mit deinem reinen Macher ohne Fühler nicht so gut bestellt, weil, äh, er wird kein Interesse daran haben, ja, vor allem am Anfang der Kommunikation, und wenn du ihm auf die Pelle rückst und ihn zwingst quasi, warum rufst du mich nicht an, ja, wir haben doch vor 20 Minuten telefoniert, ja, seitdem ist so viel vergangen, wir haben uns so viel zu erzählen, dann wird er sagen, okay, sie hält mich davon ab, meine Resultate zu erreichen, ja, und wird sich distanzieren. Deswegen solltest du wirklich schauen, was ist das für ein Mann, der dir gegenübersteht, ja, nochmal, äh, zu viel Denker, zu wenig Macher, äh, ist er eine Laberbacke, ja, ist ein Chaot, der sehr viel quatscht, der sehr viel erzählt, der schön reden kann, ja, aber wenn es darum geht zu machen, gibt es immer wieder irgendwelche Momente, die ihn davon abhalten, ja, das zu tun, was er will, deswegen, äh, wird er wahrscheinlich die Schuld auch bei dir suchen, denn das tun Denker, die zu wenig Macher sind, also viel zu wenig Macher, ja, sie wollen und wollen und wollen und wollen und wollen und können nicht und scheiße, fuck, und wer ist es schuld? Äh, sie können ihr sicher nicht die ganze Zeit die Schuld geben, deswegen in Partypsychologie werden sie die Schuld irgendwann für, äh, irgendwann anderen Leuten geben, die sich in unmittelbarer Umgebung befinden und da sind auch die eigenen Partner. Deswegen Vorsicht bei reinen Denkern, ja, Denker, die, äh, schwer haben, die es schwer haben mit der Umsetzung, ganz, ganz wichtig, ja, lass da die Finger von. Sie sind unfähig, Strategien aufzustellen und ihr zu folgen, ja, das bedeutet, so, Lebensplanung mit einem Denker ist zwar schön und gut, weil so in der Zukunft das, was er erzählt, sehr, sehr gut anhört, aber, ähm, das wird ganz anders ablaufen, also, das wird niemals so sein, wie er, wie er sagt, weil er viel zu schlecht mit diesen, mit diesen Veränderungen umgehen kann. Äh, zu wenig Fühler, zu wenig, zu viel Fühler, zu wenig Macher, das, das ist ein sprunghafter Typ, also, mal ist er hier, mal ist er da, mal liebt er dich, mal liebt er dich nicht, mal singt er dir Lieder, mal schreibt er dir Gedichte, mal schreibt er Gedichte für andere Frauen, ja, also, auch hier, ähm, ist es eine chaotische Beziehung, die ohne feste Standpunkte verläuft, ja, und die beste Variante, das sind wirklich die Macher, ja, wobei auch hier, äh, so, wenn ein Macher keinen Denker in sich hat, ja, dann, dann hat er kein strategisches Denken, dann, ja, erst, wenn das Denken dazukommt, hat er, hat der Macher eine Strategie, ja, der fängt nicht sofort an zu machen, ja, er hat keinen, einen Gedanken, oh mein Gott, ja, das muss ich unbedingt machen, und impulsiv fängt er an, so irgendwas zu machen, ohne Plan, ohne Sinn, nach 20 Minuten wird es ihm zu viel, weil er sich verliert in Sachen, ja, und dann, dann, äh, dann, dann lässt er das, deswegen, ja, so, ein Macher, der kein Denker ist, der zu wenig vom Denker hat, verdient zu wenig, ja, der verdient zu wenig als das, was er sich wünscht, ja, weil er über eine gewisse gläserne Wand, gläserne Mauer nicht hindurchkommt, weil dafür gewisse Skills vorhanden sein müssen, ähm, und wenn ein Macher zu wenig von Fühlen hat, ja, wenn ein Macher nicht fühlt, ja, du kennst diese Roboter, du kennst diese Maschinen, unter Männern findet sie man häufiger als unter Frauen, da sind, sie sind im Kaltberechnen, sie schauen nach ihrem, ähm, ja, nach ihrem eigenen, wie sagt man das, Nutzen, ja, wenn sie irgendwas anfangen, und der Nutzen anderer Menschen, der interessiert sie oft nur marginal, deswegen, wenn ein Macher den Fühler in sich hat, ja, dann hat er Intuition, ja, das bedeutet, er schaut in die Zukunft hinein, er fühlt, was andere Menschen fühlen könnten, ja, Empathie, ja, und ein Mann, der Empathie hat, ja, er eignet sich für dauerhafte Beziehungen natürlich sehr viel mehr als ein Mann, der Schwierigkeiten hat, ja, deswegen, schaut zu, dass er so viel wie möglich vom Macher hat, aber auch vom Denker und auch vom Fühler, ja, ähm, deine Aufgabe, ja, ich möchte dir eine kleine Aufgabe geben, damit das, was ich dir sage, nicht nur, ach, coole Information, sehr schön, nächstes Video, sondern mach dir bitte jetzt Gedanken darüber, so, drei Männer, ja, aus deiner Vergangenheit, äh, teile sie bitte in diese Kategorien ein, Macher, Fühler, Denker, ja, vielleicht machst du dir so einen Kreis, für jeden Mann, und, äh, teilst ihn durch, also in drei Teile, so, ein Teil Macher, ein Teil Denker, ein Teil Fühler, und demnächst, wenn du mit Männern sprichst, achte darauf, wie sie mit dir sprechen, achte darauf, was sie zeigen, was sie machen, ja, wie sie ihre Gefühle ausdrücken, so, dass du weißt, wie du anknüpfen kannst, und ob dir dieser Mann überhaupt interessant ist, ob er überhaupt deine Wünsche und deine Bedürfnisse befriedigen können wird, und nicht nur, äh, ja, eine gewisse Wirkung auf dich hat, und du bist dann hin und weg und weißt nicht, was du tun sollst. Gut, vielleicht sogar, fünf Männer, ja, einfach nur, dass du diese Übung hast. Okay, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast, ich wünsche mir so sehr, dass es nützlich für dich ist, wenn es nützlich war, gib mir bitte einen Daumen hoch, teile dieses Video gerne, und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, und, wenn du meinen Kanal abonniert hast, klicke auch bitte auf das Glöckchen, neben dem Abozeichen, und wenn du drauf klickst, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn neue Videos von mir rauskommen. Cool. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, das war Sergej Lins.